Hi und herzlich willkommen bei SearchOne, dein Magazin für Online-Marketing, erfolgreiche Websites und digitales Business. Mein Name ist Sascha und in diesem Video reden wir über Surfer. Mit diesem Tool lernst du nicht etwa besser surfen, sondern es hilft dir dabei, deine Texte im Sinne der Suchmaschinenoptimierung besser zu schreiben und zu optimieren. Was bedeutet das? Was kann Surfer SEO? Wir werden in diesem Video tatsächlich einen echten Text optimieren und einige andere Beispiele anschauen. Aber grundlegend leistet der Hersteller von Surfer schon mal gute Arbeit damit, zu zeigen, wozu es eigentlich da ist. Angenommen, du weißt schon, welche Keywords und Themen du auf deiner Website abdecken willst, dann kannst du daraus einen Content-Plan erstellen. Das heißt, das Tool liefert dir Ideen dafür, welchen Content du auf deiner Website brauchst. Beim Schreiben hilft es dir dabei, die Keywords abzudecken, die auch andere verwenden, die jetzt schon auf der SERP ranken, auf der du auch mal stehen möchtest. Was sie da genau machen, darauf gehe ich dann im weiteren Detail auch noch ein. Viele wird interessieren, dass sich auch bestehende Texte, die die zum Beispiel nicht ganz so gut ranken, mit der Audit-Funktion überprüfen und erweitern lassen. Und Surfer hat auch großartige Unterstützung für einige externe Tools und eine gute Einbindung, zum Beispiel mit Google Docs und mit WordPress. Jarvis ist ein Tool, mit dem sich ganze Texte von Grund auf erstellen lassen. Da muss man selbst nicht mehr schreiben. Das funktioniert sehr gut im englischsprachigen Bereich. Sobald wir da ein Tool haben, mit dem das auch im deutschsprachigen Bereich gut funktioniert, schauen wir uns das auch mal genauer an. Unter Features kannst du auf den Content-Editor. Und der zeigt dir schon recht gut, worum es bei Surfer geht. Und dieser Editor lässt sich eben auch bei Google Docs und auch bei WordPress einbinden. Das bedeutet, du kannst den Editor zum Beispiel auch deinen Text dann zur Verfügung stellen, die ihre Texte damit direkt so gut wie möglich SEO optimieren können. Aber Vorsicht, es gehört natürlich in der Praxis deutlich mehr dazu, als einfach nur, alles das zu machen, was das Tool hier vorschlägt. Aber trotzdem, für diesen Test tun wir einfach mal so, als wäre alles das, was Surfer SEO vorschlägt, das Nonplusultra. Hier steht also der zu optimierende Text. Dieser soll für das Keyword Best SEO Content im englischsprachigen Raum optimiert werden. Der aktuelle Content-Score ist 15 von 100. Und das Ziel des Spiels ist es, den Text am besten auf 100 zu bekommen. Wobei das in der Praxis meistens gar nicht notwendig ist. Nahe an den grünen Bereich zu kommen, denke ich, reicht oft schon aus. Der Text enthält gerade 77 Wörter. Empfohlen sind zwischen 4.809 und 5.530 Wörter. Es gibt keine Überschriften, aber es sollte 40 bis 56 Überschriften geben. Vier Paragrafen, wir brauchen noch 184, dann kommen wir hier auf den perfekten Wert. Und zwischen 28 und 51 Bilder. Weiter unten haben wir die Keyword Wolke. Und hier steht, welche Keywords wir in welcher Anzahl idealerweise im Text unterbringen. Hier geht es also nicht nur um das Hauptkeyword, Best SEO Content, sondern auch um all diese Keyword Kombinationen, die wir hier angezeigt bekommen. Testen wir das doch einfach mal aus. Wenn ich hier drunter jetzt mal einen Satz schreibe, zum Beispiel to rank good in Google Search Result. Und wir sehen, Google Search Results ist noch 0 von 1. Wenn ich jetzt hier das S tippe, dann wird dieses Keyword grün. You have to write a lot of SEO Content. Jetzt ist gerade hier diese Zahl von 1 auf 2 hochgegangen. Ich brauche das Keyword jetzt noch weitere 18 Mal. Und spaßeshalber kann ich es einfach mal rauskopieren, ausschneiden, einfügen. Nochmal, nochmal. Jetzt steht es da schon 14 Mal. Und bei 18 werde ich grün. Nun versteht es sich natürlich von selbst, dass du auf gar keinen Fall sowas hier machen kannst und darfst. Sondern es geht darum, die Begriffe auf elegante Art und Weise so im Text einzubinden, dass der Leser gar nicht ist schwierig, aber so weit wie möglich nicht merkt, dass du hier versucht hast zu optimieren ohne Ende sozusagen. Ja, das geht immer so weiter. So in this blog post, I will show you how to do that. So und damit wir das nicht nur auf dieser Seite machen können, sondern auch in unseren eigenen Projekten, hat Surfer eine Chrome Extension, die wir direkt mal installieren können. Ich füge sie mal hier hinzu. Hinzufügen. Das hat geklappt. Hier ist sie jetzt im Menü. Ich werde die jetzt einfach mal pinnen, damit sie immer draußen steht. Hier befinden wir uns direkt auf der search1.de-Seite im Admin-Interface. Und dies ist der Beitrag. So findest du einen WordPress-Freelancer für die Entwicklung deiner Website. Wie du vielleicht erraten hast, möchte diese Seite oder dieser Beitrag für den Begriff oder das Keyword WordPress-Freelancer ranken. Denn es gibt immer sehr viele Anfragen bei Search1, was WordPress betrifft. Macht ja auch Sinn, denn wir publizieren ja sehr viel in diesem Bereich. Und der Surfer Content Editor lässt sich ganz einfach hier einbinden. Nicht etwa als WordPress Plugin, sondern einfach mit einem Klick auf die Chrome Extension. Surfer loaded, dann lädt das ganze Ding. Ich kann meine Suchmaschine einstellen, möchte hier natürlich Deutschland haben. Ich kann hier nicht nur Deutschland auswählen, sondern tatsächlich auch eine Region, was natürlich total cool ist. Und es sind auch wirklich viele. Aachen, Augsburg, Bonn, über Düsseldorf, Frankfurt, Köln. Nehmen wir einfach mal München. Ich selbst komme zwar aus einem kleinen Städtchen zwischen Köln und Bonn. Aber ich denke, die größere Stadt hier dürfte ein bisschen besser passen. Kann dann auch sagen, ob ich lieber die Mobile- oder die Desktop-Ergebnisse nehmen möchte. Und jetzt hier oben mein Keyword eintragen. WordPress Freelancer für Deutsch. Und jetzt auf Create Content Editor. Er sucht sich jetzt die ganzen Begriffe und Daten zusammen. Und wenn er das erstmal gemacht hat, dann kann ich einfach hier draufklicken. Und schon lädt er den kompletten Content Editor. Wie wir sehen können, steht die Seite gar nicht mal so schlecht da. Wir haben nur noch ein kleines bisschen, bis wir in den grünen Bereich kommen. Was die Wörter betrifft, so brauchen wir nur noch 400, 500 zusätzliche Wörter. Und ein paar mehr Überschriften. Idealerweise noch ein paar Bilder. Und cool ist auf jeden Fall, dass der Content Editor erkennt, dass er innerhalb von WordPress genutzt wird. Und das alles hier auswerten kann, ohne dass man ein Plugin installieren muss. Das ist ziemlich cool. Neben den Guidelines gibt es aber auch noch das Brief. Das ist aktuell in der Beta-Version. Aber auch höchst spannend. Weil du im Brief direkt eine Struktur für den Artikel bekommst. Also angenommen, du hast noch gar keinen Artikel geschrieben. Also diese Seite ist noch ganz leer. Dann gibt dir die Artikel die Struktur, die du verwenden kannst, sodass du deutlich schneller fertig bist. Außerdem kannst du hier unten sehen, welche Konkurrenz-Websites es gibt. Und falls vorhanden, Topics and Questions. H1 bis H5 ist nicht gedacht, um sie jetzt tatsächlich als H1 bis H5 umzusetzen. Sondern nur als, naja, die Punkte, die da drin sind, die bei H1 sind, halt relevanter als die bei H5. Also gehen wir einfach mal von oben nach unten durch. Auf einer WordPress-Freelancer-Seite oder einem Artikel sollten wir über Jobs reden. Vielleicht auch allgemein darüber reden, was so ein WordPress-Freelancer eigentlich macht. Dann im nächsten Bereich. Es geht natürlich immer darum, eine individuelle WordPress-Geschichte, sage ich mal, allgemein umzusetzen. Twago scheint ein größerer Konkurrent zu sein. Jetzt Kontakt aufnehmen. Das dürften dann die Freelancer selbst sein, die ein Kontaktformular haben. Welche Leistungen gibt es da allgemein bei Freelancern? Wie läuft die Unterstützung ab? Wie beurteilt man Referenzen? Das könnten wir noch reinpacken. Ja, mit manchen Punkten hier drin kann man nicht so viel anfangen. Beziehungsweise liegen die auf der Hand oder sind zu speziell ausgerichtet auf den Content dieser Anbieter. Ja, aber wir können das mit ein bisschen Fantasie ummodellieren. Wir haben ja selbst keine Referenzen, weil wir kein WordPress-Dienstleistungsanbieter sind. Aber daraus machen wir dann einfach, worauf bei den Referenzen zu achten ist. Es gibt nicht nur Einzelfreelancer, sondern auch Plattformen. Und im Beitrag haben wir schon auf einige Plattformen verlinkt. Vor allem auf Codable. Die Frage ist, wollen wir hier noch mehr einbinden? Schauen wir mal bei H3 rein. Plugin-Entwicklung, Theme-Entwicklung. Hier in dem Punkt sind sehr viele Unterpunkte, was natürlich auch cool ist. Woran erkennt man einen guten WordPress-Freelancer? Das Thema Web-Design kommt natürlich auch hier rein. Nicht immer ist das eine und die gleiche Person der WordPress-Freelancer oder die Designer. Betreuung und Support spielt natürlich auch eine große Rolle. Und so weiter. Bei der Arbeit als Content-Produzent oder Texter stehst du ja immer wieder vor dem Problem, eben auch bestehende Inhalte überarbeiten zu müssen, weil sie eben noch nicht so gut ranken. Oder neue hinzuzufügen, ganz neue zu schreiben, hier diese Nummer weiter nach oben zu befördern oder nach ganz rechts. Und deswegen werde ich dir einfach mal zeigen, wie ich dabei vorgehen würde. Vielleicht kannst du dabei ja auch noch ein bisschen was für dich mitnehmen. Oder aber, du hast eine Idee, wie ich meinen Prozess noch weiter verbessern kann, dann hinterlasse auf jeden Fall einen Kommentar. Das gucken wir uns also etwas später im Video noch an. Zuerst gehen wir nochmal durch das Tool durch und spielen damit ein bisschen rum, um herauszufinden, was uns das Tool tatsächlich alles bietet. Wir haben ein Tool, um Content zu planen. Hier können wir Keywords eingeben und da werden uns viele weitere Keywords vorgeschlagen. Es gibt ein Tool, mit dem wir die Serbs tatsächlich untersuchen können. Das scheint mir auf jeden Fall angebracht dafür, wenn man mit einem Projekt neu anfängt. Das SEO-Audit-Tool liefert im Prinzip vieles, was auch der Content-Editor schon eingebaut hat, aber noch ein paar Sachen hinzu. Und am Anfang der SEO-Arbeit steht natürlich immer die Keyword-Research, womit ich meine Keyword-Körbe auffrischen und erweitern kann. Und da würde ich vorschlagen, loggen wir uns direkt mal ein, was ich hier schon gemacht habe. Und hier sieht man auch den ersten Audit, den ich gemacht habe von meinem Beitrag. So findest du WordPress Freelancer. Und den Content-Editor, der wird mir hier auch angezeigt. Hier ist ja der Beitrag mit seiner URL, den kann ich mal rauskopieren. Und dann, um dir mal zu zeigen, wie ich dieses Audit hier erstellt habe, einfach die URL hier oben eingeben. Und dann wichtig, das Keyword auch hier reinschreiben. WordPress Freelancer, dann habe ich auf Create geklickt und dieses Ergebnis hier unten bekommen. Es hat ein paar Minuten gedauert, aber dann konnte ich hier draufklicken und erhalte diese wundervolle Übersicht über alle möglichen Komponenten und einige SEO-Faktoren, die ich dann auch überprüfen kann. Also das Tool weist mich darauf hin, dass ich meinen Score um zwei Punkte verbessern kann. Das ist nicht gerade viel. Es gibt noch nicht genügend interne Links. Diese Begriffe hier, die sollten hauptsächlich in den Text eingebunden werden. Gibt mir natürlich auch der Content-Editor. Anzahl der Wörter und wo und wie diese platziert sind, lässt sich noch etwas optimieren. Im Titel haben wir das exakte Keyword schon drin. Und wir sollen noch 0,4 bis 1,1 Exact-Keywords pro 100 Wörter im Body unterbringen. Ja, ich denke, das Keyword WordPress Freelancer, das können wir ruhig noch ein- oder zweimal einbinden. Einer im H1 und hier sehen wir etwas Interessantes. Und das ist auch das, was Surfer ein bisschen von anderen Tools unterscheidet. Denn es sagt dir, im Durchschnitt auf den Seiten, die auch für diesen Begriff ranken, kommt das Keyword in der exakten Form im Durchschnitt dreimal über die H2 bis H6 Elemente vor. 4,15 im Durchschnitt pro 100 Wörter in Paragrafen, auch im Alt-Attribut bei den Bildern und pro 100 Wörtern im Alt-Attribut. Okay, Partial-Keywords, da können wir auch noch was machen. Das sind die gleichen Statistiken, aber nur für einen Teil der Keywords. Seitenstruktur, ja, das sind auch die gleichen Empfehlungen, die auch der Content-Editor hat. Hier haben wir noch einen Speed-Hinweis. Wir könnten die Seite etwas schneller machen. Aber insgesamt, wenn du noch gar kein allgemeines SEO-Tool hast, wie zum Beispiel Rank Math, was wir hier bei Search One nutzen, dazu haben wir auch ein großes Tutorial gemacht und auch einen Beitrag. Das würde dann hier noch deutlich mehr ins Detail gehen, aber der Surfer, der ist mehr auf den Content selbst spezialisiert und wie du den am besten umsetzt. Zwei Sachen, die ich noch ziemlich cool finde. Erstmal kann man die Competitors, also die Mitbewerber aus den Surfs, aktivieren. Das heißt, die Statistiken, die unten erstellt wurden, die sind basierend auf diesen Mitbewerbern hier erstellt worden. Und zum Beispiel wurde hier Piva rausgelassen und andere auch. Aber wenn du der Meinung bist, ja, wir konkurrieren eigentlich gegen die, dann kannst du das natürlich umstellen und nochmal leicht andere Daten präsentiert bekommen. Und auch sehr cool ist die Möglichkeit, einen Beitrag zu sharen, zum Beispiel mit einem Kunden oder im Team. Also probieren wir das einfach mal aus. Klick, Link ist kopiert. Dann machen wir ein Inkognito-Fenster auf und schauen uns den Beitrag mal an. Ja, wunderbar. Das ist natürlich cool, dass man auch andere Leute darauf hinweisen kann, was mit ihren Seiten alles nicht so stimmt mit dem Content. Wenn ich hier im Feld nur ein Keyword eintrage oder eine Kombination, WordPress Freelancer, dann kann ich zusätzliche Module aktivieren. Den Content Planner, den Serp Analyzer und die Keyword Research. Und das habe ich auch schon gemacht, weil das dauert jeweils ein paar Minuten, bis das fertig ist. Vor allem der Serp Analyzer. Und sobald das fertig ist, kann man sich das angucken. Beginnen wir mit dem Serp Analyzer. Und der hat es wirklich in sich. Es gibt so viele Möglichkeiten, hier die Serps auseinanderzunehmen. Das ist der totale Wahnsinn. Also, was sehen wir hier? Auf der linken Seite gibt es Kriterien, die ich aktivieren kann. Beispielsweise ist hier Buddy die Anzahl der Wörter innerhalb des Buddies selektiert. Und jetzt sehen wir, dass auf den Positionen 1 bis 10 im Durchschnitt für dieses Keyword ca. 1200 Wörter im Buddy vorkommen. Auf Positionen 11 bis 20 sind es dann fast doppelt so viel. Und dann geht es trendmäßig wieder nach unten. Hier oben kann ich die Daten etwas weiter selektieren, um den Graphen etwas größer zu machen. Zum Beispiel nur bis Position 30. Und Show All. Das Tool berechnet auch die Korrelation der verschiedenen Faktoren. Das sieht man hier, wenn man mit der Maus drüber fährt. Correlation ist 19%. Bezogen auf diesen Aspekt, also Freelancer und das Ratio. Wenn wir jetzt den Count mal aktivieren, dann sehen wir tatsächlich, dass hier auf der rechten Seite die Anzahl des Wortes Freelancer bei den besser renkenden Seiten auch öfter vorkommt oder höher ist. Die Möglichkeiten hier unter den Daten sind wirklich gigantisch. Wir können mal die Search Visibility uns angucken für die URL. Das heißt, für wie viele Begriffe renkt diese URL tatsächlich? Wenig Korrelation. Und übrigens, wenn ich genau wissen will, warum hier oder was dieser Punkt genau bedeutet, kann ich über das Fragezeichen gehen. Und hier wird mir dann auch genau erklärt, was genau gecheckt wird. Im Bereich Backlinks, und das ist ja oft sehr relevant, kann ich mir angucken. Für die Domain gibt es insgesamt hier auf dem ersten Punkt 143 Links von unterschiedlichen Domains. Und das Witzige ist, je mehr Referring Domains eine Website hat oder eine Webseite, die für den Begriff WordPress Freelancer renkt, desto weiter hinten renkt sie. Die ganz hinten haben am meisten Links. Ja, heißt das jetzt, dass Links nicht funktionieren? Na, das könnte natürlich heißen. Aber ich denke, wenn wir uns die Beispiele hier angucken würden, die Sites und Pages, die da renken, dann sind das wahrscheinlich so die allgemeinen Portale, die ansonsten gut verlinkt sind und eben auch das Wort WordPress und das Wort Freelancer irgendwo haben. Und deswegen ja mit einer recht unrelevanten Seite immer noch verhältnismäßig hochrenken. Denn wenn du zum Beispiel anfängst mit einer Seite, die ganz frisch ist, ja, dann renkst du wahrscheinlich auch nicht auf Platz 30 oder 40 oder 50, sondern eher auf 300. Okay, das Ganze kann ich mir auch für die URL angucken. Hier sind jetzt die Referring URLs. Wenn es hier eine große Differenz gibt, das kann ich auch mal anklicken, dann könnte es sein, dass von einer Domain eben sehr viele URLs verweisen. Das jetzt für die Domain und für die URL selbst, also die URL, die hier renkt für diesen Begriff, gibt es relativ schlechte Korrelationen. Und hier ist es nicht ähnlich, sondern hier gibt es so eine Glocke. Die Anzahl ist natürlich niedriger. Und wir haben hier 0, 2,8, 27,5. Nehmen wir die URLs mal hinzu. Da verändert sich nicht viel. Was wir hier sehen können, ist diese Unterseiten, die zum Begriff WordPress Freelancer renken. Das sind ja Seiten von zum Beispiel Verzeichnissen und von Anbietern selbst, also kommerzielle Angebote. Und das sind natürlich Unterseiten, auf die externe Anbieter, externe Websites, Publikationen und so weiter eher ungern verlinken. Macht Sinn. Heißt aber hoffentlich im Umkehrschluss auch, dass wir alleine mit On-Page-Arbeit eine recht gute Chance haben, hierfür zu renken. So die Hoffnung. Ich scrolle jetzt hier mal unten durch, um noch ein bisschen erstens zu zeigen, was es alles gibt und ob hier noch etwas Interessantes dabei ist. Also wir haben im Prinzip die Off-Page-Faktoren, die On-Page-Faktoren, die Page-Speed und die Bilder. Auch interessant zu sehen, die Ladezeit ist bei den besser renkenden Seiten tatsächlich geringer, als bei denen, die auf der zweiten Seite erst renken. Und auch die Größe der HTML-Datei, die übertragen wird, das jetzt hier die orangene Linie, ist auch etwas kleiner. Also die hier scheint genau richtig zu sein. Die ist etwas zu groß und die hat wahrscheinlich nicht genug. So und dann gibt es noch hier unten die Möglichkeit, weitere Daten abzurufen. Erstmal sehe ich tatsächlich, welche Ergebnisse es hier gegeben hat oder analysiert werden. Und hier habe ich dann einfach mal unsere Seite eingetragen und auf Compare geklickt. Wir ranken auf Platz 15, das heißt tatsächlich hier unten sind wir schon auf Platz 15. Das ist natürlich sehr vielversprechend, von 15 in die Top 10 zu kommen, ist oft gar nicht so schwer. Nur die Zeit wird es zeigen, denn in diesem Video optimieren wir schön an den Texten und dann lassen wir etwas Zeit vergehen. Und du kannst ja dann selber überprüfen, vielleicht nach ein, zwei Monaten oder so, ob tatsächlich die Rankings für diese Seite nach oben gegangen sind. Ja, was haben wir hier noch? Die Keywords. Unter den Keywords haben wir noch diverse Alternativen und artverwandte Keywords. Ja, ein WordPress-Freelancer kann ja ein Programmierer sein oder ein Webdesigner, den man suchen kann, der in einer Jobbörse ist. Wir suchen über München und deswegen kommt das wahrscheinlich auch hier vor. Ah, Profi ist natürlich auch ein sehr gutes, semantisches Keyword, denn ein WordPress-Freelancer ist ja auch ein WordPress-Profi. Ich suche mir einen WordPress-Profi oder ich brauche einen. Im nächsten Reiter sind die Fragen, aber natürlich nur, wenn wir ein Keyword haben, bei dem in den Serbs dann auch das FAQ-Schnipsel angezeigt wird. Und Popular Words, das sind die Wörter, die mindestens zweimal auf den entsprechenden Seiten vorkommen. Hier sehe ich dann so ein bisschen, ja im Prinzip, wer versucht, auf welche Art und Weise zu optimieren. Popular Phrases sind sehr ähnlich. Damit kann man sogar schon etwas mehr anfangen, würde ich sagen. WordPress-Experte, der kennt sich am besten auch mit WooCommerce aus für Online-Shops, bastelt an Themes rum, kann programmieren, ist Entwickler und so weiter. Das sind alles so die Begriffe, die wir verwenden werden und müssen. Common Words, ja also das Wort einen, das ist natürlich klar. Hier sehen wir, dass das Tool vielleicht nicht mit dem Fokus auf die deutsche Sprache erstellt wurde. Aber ich muss sagen, bisher klappt das schon extrem gut. Der Hauptfokus von Surfer SEO liegt natürlich auf der englischen Sprache, aber das ist ja wirklich nur eine Kleinigkeit. Und solche Problemchen hat man ehrlich gesagt auch mit vergleichbaren Tools. Common Phrases, ich brauche einen WordPress-Freelancer für meinen Online-Shop. Hier alles nochmal kombiniert, wird aber aktuell nichts angezeigt. Bei Words nichts, bei Phrases schon. Also hier kann man sich ja wirklich an den Daten ergötzen und einfach mal durchklicken, um zu gucken, kann ich hier für meinen Content noch Ideen extrahieren. Darum geht es ja letztendlich. Common Backlinks noch in der Beta. Cool auch für den Linkaufbau. Jetzt kann ich überlegen, ob ich von diesen Domains hier tatsächlich es schaffe, einen Link zu bekommen. Das sind die Common Referring Domains für die Top 20 Seiten. Und die habe ich auch noch sortiert. Das ist eine ganze Menge. Da müsste es bestimmt die Möglichkeit geben, den ein oder anderen Link aufzubauen. Siehe da, hier ist Search One. Und wie viel haben wir da noch? Da ist wirklich eine Menge. Das Ganze ist sortiert übrigens nach den Referring Domains. Und hier sehe ich, wie viele der Konkurrenten tatsächlich einen Link haben. Anscheinend haben sehr viele einen Link von Cevdesk. Sieht so aus, als hätte Cevdesk hier auch schon mal einen Blogpost geschrieben. Man kann hier nicht sortieren, aber die Daten lassen sich exportieren. Da kann man damit natürlich machen, was man möchte. Also wirklich ein wundervolles Tool, womit man wirklich den inneren Analysten voll und ganz befriedigen kann. Zurück im Dashboard gehen wir einfach mal hier beim Content Planner auf WordPress Freelancer. Und hier in diesem Bereich bekommen wir Keyword Cluster oder Topic Cluster für mein Haupt Keyword. Das heißt, von hier aus fächernd kann ich im Prinzip, wenn WordPress Freelancer mein Kernthema ist, gucken, zu welchen Themen ich noch was schreiben möchte, mit welchen Themen ich meinen Blog oder meine Website ergänze. Ja, SEO Freelancer macht natürlich Sinn. Ich brauche einen WordPress Freelancer für die Divi Themes in München und so weiter. Und die Frage stellt sich natürlich, möchte ich jetzt für diese Topics tatsächlich eigene Unterseiten erstellen? Oder was nehme ich davon und mache daraus eine Sektion in meinem Beitrag? Im Prinzip ist es so, ich gehe nachher durch meinen Beitrag durch. Der ist vielleicht schon geschrieben, die Hälfte ist schon fertig. Und dann kann ich hier reingehen und gucken, okay, worüber habe ich eigentlich noch nicht geschrieben? Ach stimmt, vielleicht brauche ich noch etwas dazu, wo sich WordPress Freelancer finden lassen, die auch Projektmanagement-Erfahrung haben zum Beispiel. Das muss ich dann abwägen, inwiefern ich das wirklich noch im Beitrag haben möchte oder ob ich dafür eine eigene Unterseite mache. Haha, das ist natürlich witzig für den Begriff Spriestersbach. Bekomme ich natürlich auch direkt vorgeschlagen, dass ich das integrieren soll. Und hier gibt es immerhin ein Suchvolumen von 1700. Und das soll ich hier integrieren. Okay, nehmen wir mal hier den Begriff. Das ist viel interessanter. Frontend Freelancer, wenn ich hier drauf klicke, kann ich in der Zukunft anscheinend auch angezeigt bekommen, wie schwierig das ist, für dieses Keyword hier zu ranken. Aber der Begriff Frontend ist vielleicht auch ein guter Begriff, den man berücksichtigen sollte. Auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, die man hier hat, um ja weiter in den Unterthemen auszufächern. Dann wieder zurück im Dashboard und schauen wir uns noch das Ergebnis unter Keyword Research an. Hier haben wir die Keywords, die vergleichbar sind, die ähnlich sind. Hier können wir sogar nach Serp Similarity sortieren. Und im Prinzip dienen all diese Daten nur dazu, dass wir Inspiration kriegen dafür, unseren Content besser zu machen. Es geht immer nur um diese eine Sache. Die Hauptarbeit besteht immer noch darin, den Content wirklich gut zu machen und ihn dann ja mit zusätzlichen Themen und Keywords zu spicken, aber auf eine Art und Weise, die erträglich bleibt. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir schreiben für den Besucher und nicht für die Suchmaschine. So will Google das ja auch. Ich habe die Analyse jetzt nur für diesen einen Begriff gemacht. In der Praxis würdest du natürlich hier deutlich mehr Keywords reinhauen, um mehr Inspiration zu kriegen. Da du ja direkt nicht nur einen Beitrag, sondern wahrscheinlich viele Beiträge optimierst oder erst noch verfasst oder aber auch verfassen lässt. Denn was nämlich auch cool ist, mit den gewonnenen Daten lassen sich deutlich bessere Briefings schreiben. Denn meiner Erfahrung nach, und ich habe schon sehr viel mit Textern gearbeitet, schreibe ja auch persönlich sehr viel, je besser das Briefing, desto besser das Ergebnis. Und wenn ich ein Thema beauftrage und sage, hey, schreib mal zu WordPress Freelancer und dann kommt der Beitrag zurück und ich packe den dann erst in ein Tool wie Surfer, ja, dann muss ich wahrscheinlich die ganzen Änderungen und Ergänzungen selbst noch vornehmen. Anstatt wenn ich diese Daten nutze und schon ins Briefing reinschreibe, dann bekomme ich wahrscheinlich schon von vornherein ein besseres Ergebnis. Und wenn ich dann meinem Texter noch Surfer zur Verfügung stelle, den Content Editor, ja, dann würde ich sagen, ja, perfekt wird es dann auch noch nicht sein. Aber 99 Prozent bezogen auf die Suchmaschinen-Optimierung, auf die On-Page-Optimierung wird im ersten Entwurf ja schon enthalten sein. Du kannst hier oben auch noch durch die verschiedenen Reiter durch und die Tools einzeln aufrufen, kriegst noch ein bisschen mehr Informationen dadurch. Und das war es dann soweit zu dem Surfer SEO Tool, womit wir jetzt mal zum Praxisteil kommen können, nämlich mal diesen Text hier soweit zu optimieren, dass wir vielleicht ein bisschen höher kommen, fehlende Themen und Keywords hier integrieren, vielleicht auch ein paar Rechtschreibfehler korrigieren und mit Sicherheit auch neue einbringen, um so, ja, mit dem Kern dessen anzufangen, was man eigentlich machen muss, um besser zu ranken, nämlich den Content optimieren. Bevor wir das aber machen, möchte ich dir ganz gerne zeigen, was das Tool eigentlich im Hintergrund macht, welche Arbeit hier eigentlich abgenommen wird. Denn ich zeige dir jetzt mal, was du eigentlich machen müsstest, wenn du ohne externes Tool arbeiten möchtest. Wenigstens reiße ich das mal kurz an. So, so ein Tool wie Surfer SEO, was macht das eigentlich? Mal angenommen, du hast noch gar keinen Text geschrieben und das Thema WordPress Freelancer ist jetzt für dich auch noch ziemlich neu. Das heißt, du kannst nicht aus dem FF schreiben, was eigentlich dazu gehört, ein WordPress Freelancer zu sein oder wie man einen findet. Du bist einfach nur der Texter, der SEO optimieren soll, während er den Text schreibt und bevor er ihn ausliefert. Wie würdest du das am besten machen? Nein, die Grundidee ist, benutze doch einfach die Themen und Wörter derjenigen, die schon auf den ersten Positionen für diesen Begriff ranken. Und wie würdest du das machen? Also, so mache ich das seit gut 20 Jahren mittlerweile. Du suchst deinen Begriff, machst dann die Top 2, 3, 4 Seiten auf, die passen. Und wenn du es wirklich ernst meinst, dann machst du natürlich die 20 Seiten auf, aber das wird jetzt ein bisschen viel. Gehst auf die Seite selbst, schaust, ob das passt. Wir haben hier ein Verzeichnis und sehr wenig Text. Ich gehe mal nach ganz unten. Ich würde sagen, hier können wir gar nichts gebrauchen. Das heißt, wir gehen auf die nächste. Fiverr ist klar, da können wir natürlich auch nicht so viel gebrauchen. Aber wir können theoretisch diesen Satz hier nehmen, dann kopieren und hier auf dieser Seite einfügen. Und zwar nur Text. Ich drücke dann immer dreimal auf Return, damit ich ein bisschen Platz habe. Du könntest theoretisch auch die URL nehmen und die auch noch dazu schreiben. Also so, vielleicht darüber, damit du weißt, von woher der Text kommt. Wobei wir den Text nicht kopieren werden. Wir werden ihn nur als Inspiration verwenden. Aber es könnte ja sein, dass wir eine Seite oder einen Text so gut finden, dass wir darauf verlinken wollen. Und dann ist es natürlich ganz gut, den Link auch schon direkt zu haben und zu wissen, woher wir die Informationen beziehen. Hier haben wir schon den ersten echten Freelancer. Und hier nehmen wir auch einfach mal den Text raus, fügen den hier ein, die URL noch dazu. Laut Informationen auf dieser Seite ganz unten, das ist der Raffa Luge. Der ist ja Anbieter, Agentur in Dresden, hat wirklich hervorragende Arbeit geleistet mit dem Text. Das heißt, da können wir uns auf jeden Fall inspirieren lassen und auch noch mehr rauskopieren. Weiter runtergescrollt sehen wir auch, dass er viele wichtige Begriffe drauf hat. Und die können wir auch alle einmal übernehmen. Keine Sorge, wir werden ihn nicht kopieren. Das könnten wir ja auch gar nicht. Beispielsweise hat er ja schon seit 2012 hier Erfahrung gesammelt. Und das bezieht sich ja nicht auf uns, sondern auf ihn. Und hier geht es ja nur darum, den Prozess zu zeigen, wie du ihn normalerweise machen würdest. Jetzt stell dir vor, wir haben das für die ersten 20, vielleicht sogar 30 URLs Ergebnisse gemacht. Wir sind also hier durchgegangen und haben alle rausgesucht. Und hier gibt es noch eine Menge weitere Freelancer, Plattformen, Verzeichnisse. Das heißt, in unserem WordPress-Dokument sind nachher, keine Ahnung, 5000, 10.000, 20.000 Wörter dran. Dann sind wir also mit der Recherche fertig. So, dann erstellen wir also unser Dokument, den Artikel, speichern einfach mal ab. Und dann beginnt die eigentliche Arbeit. Ich habe also links den Artikel und rechts meine Recherchesammlung. Und jetzt muss ich den Artikel schreiben, ohne hier abzuschreiben. Der erste Satz, ein guter WordPress-Freelancer hilft dabei, deine WordPress-Zeit zu verbessern oder ganz neu zu gestalten. Und wenn du genau hinguckst, dann siehst du auch, dass ich hier diesen Satz hier umformuliert habe, weil ich den ganz gut fand. Und weil ich hier jegliche Informationen raus extrahiert habe, die ich verwenden wollte, ohne eins zu eins zu kopieren. Ja, man kann jetzt sagen, du hast zu verbessern eins zu eins kopiert, aber zu verbessern, das darf wohl jeder verwenden. Und jetzt kann ich zum Beispiel das farbig unterlegen oder vielleicht einfach die Durchstrich-Funktion verwenden. Das, was da drin vorkommt, das habe ich erledigt. Ich habe den Text jetzt durch etwas ergänzt, was im Prinzip sich auf uns bezieht. Obwohl es bei Search One viele WordPress-Tutorials und Informationen zu Themes und Plugins gibt, bieten wir selbst keine Dienstleistung in diesem Bereich. Ja, wir wollen ja den Lesern dabei helfen, einen zu finden. Und bei der Gelegenheit habe ich den Begriff Themes und Plugins auch direkt mal eingebettet. Deswegen bietet dieser Beitrag die besten uns bekannten Tipps, wie man wirklich gute WordPress-Freelancer findet. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass die Begriffskombination WordPress-Freelancer finden wahrscheinlich besser ist. Aber wir müssen davon ausgehen, dass der Google Bot oder der Algorithmus gut genug ist, um das selbst herauszufinden. Also ich bin hier nicht bereit, die Qualität der Formulierung zu opfern, nur um etwas näher am Keyword zu sein. Kann ich später auch immer noch machen, wenn ich meine, das liegt genau daran, dass dieser Beitrag nicht sein volles Ranking-Potenzial entwickelt. Okay, diese Sätze muss ich jetzt nur reinschreiben, weil es ja hier um Search One geht. Aber ging es nicht um Search One, dann würde ich vielleicht so weitermachen. Ich würde nämlich eine Sektion einbauen, in der ich über die Erfahrung und die Fähigkeiten, das Know-how sozusagen, die einzelnen Teilbereiche, die die Freelancer beherrschen müssen, ja quasi listenartig runterschreibe. Also zum Beispiel, wenn die Zusammenarbeit kein Glücksspiel werden soll, dann achte auf die Erfahrung des Freelancers. Wie viele Jahre arbeitet diese Person oder Agentur schon mit WordPress? Wie viele Kunden hat sie? Und wenn ich jetzt hier auf die rechte Seite gucke, dann sehe ich hier in diesen Paragrafen direkt mehrere Punkte, die ich dadurch abgedeckt habe. Also erstens die Erfahrung, der Begriff Kunden, dann die Variation, egal ob es um die Anpassung oder Erstellung geht. Das habe ich ja hier oben schon drin. Kann ich das schon mal durchstreichen? Hier ist auch eine Doppelung tatsächlich drin. Das brauchen wir also auch nicht. Und das kann ich dann auch schon durchstreichen. Das habe ich also alles schon hier drin stehen. Und dann kommt der Bereich meine WordPress-Leistungen. Klar, bei WordPress geht es um Themes, es geht um Plugins, geht natürlich auch um den Support, vielleicht auch um das Hosting, Programmierung, Geschwindigkeitsoptimierung. Und das würde ich jetzt auch empfehlen, hier punktmäßig aufzuführen. Ach, mir fällt da übrigens auf, den Begriff WordPress-Experte, den habe ich noch gar nicht eingebracht. Das wäre hier ganz gut oben in der Überschrift als Abwechslung. Das kann ein echter WordPress-Experte. Ja, und hier die ersten beiden Sätze konnte ich mir nicht verkneifen. WordPress-Installation und Wahl des Hosters, falls wir nicht vorhanden helfen, WordPress-Freelancer bei Einrichtungen und empfehlen einen guten Hoster. Theme-Auswahl, den Durchblick durch den Themen-Dschungel verloren. Der Freelancer deiner Wahl kennt sich super aus, gerade weil er alle Search-One-Tutorials kennt. Dann Punkt 3, Theme-Anpassung. Falls das Theme bereits besteht oder feststeht, können Experten es genau an die Bedürfnisse anpassen. Sowohl CSS-Styles überarbeiten als auch den Source-Code umprogrammieren oder erweitern. Und hier habe ich dann jetzt alles quasi übernommen, was ich hier bis dahin finden konnte. Also kann ich das mal durchstreichen. So, und das dürfte als Demonstration reichen. Das ist der Prozess, den du anwenden würdest, hättest du nicht den Surfer. Der Vorteil ist, dass du genau das durchliest, was quasi die Konkurrenz so macht und die Chance hast, das direkt zu verbessern. Du kriegst natürlich ein besseres Gefühl dafür, was die wirklich schreiben. Aber es ist ja unmöglich, im Kopf die ganzen statistischen Zahlen zu haben, was wie oft auch von wem verwendet wird und über die Serbs hinweg, über die Position 1 bis 10, 20 bis, oder 11 bis 20, 21 bis 30 und so weiter. Aber so würde das im Prinzip laufen. Und das Dokument, das wäre jetzt ja nicht nur 500 Wörter lang, sondern wahrscheinlich 5000 oder sogar 10.000 Wörter lang. Und du würdest halt so lange durch die verschiedenen Informationen durchgehen, bis du einfach nichts mehr auf der linken Seite findest, was du irgendwie noch verbessern oder ergänzen oder vielleicht sogar streichen könntest. Was du dann gemacht hast oder geschafft hast, ist alles, was an Inhalt zu extrahieren ist, von den, sagen wir, ersten 20 Positionen. All das hast du in der Essenz kopiert und in dein eigenes Format gepackt. Und damit hast du auf jeden Fall ganz gute Ranking-Voraussetzungen oder eine Basis, auf der du dann weiter optimieren kannst. Denn dieser Prozess, auch wenn der Artikel dann einmal fertig ist, die Daten, die du findest, die ändern sich ja auch, weil andere Leute ranken, Leute ihre Texte vielleicht umschreiben, erweitern, News hinzukommen, Sachverhalte ändern sich zum Beispiel. Und so musst du immer wieder diesen Prozess wiederholen. Und dieses Dokument, das können wir mal speichern und dann einfach minimieren. Vielleicht können wir den Text daraus gebrauchen. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu der Arbeit mit Surfer SEO selbst. Und dann kannst du nämlich so ziemlich genau beurteilen, ob Surfer dir die Arbeit erleichtern würde oder ob du eher den manuellen, klassischen Weg gehst und einfach alle Daten selber sichtest. Ich vermute, dass die Arbeit mit einem Tool wie Surfer erstens ja vollständiger wird und auch schneller vonstatten gehen muss, damit sich der Einsatz für dich lohnt. Klar. So, der Text wurde seinerzeit von Kai geschrieben und ich habe hier die Erlaubnis, diesen Text komplett anzupassen, umzuschreiben, damit zu machen, was ich will. Die einzige Voraussetzung ist, der muss nachher besser renken. Wie jetzt. Zuerst mal möchte ich die Überschrift ein bisschen kürzen. Finde einen zuverlässigen WordPress-Freelancer. Später könnten wir auch noch mit der Überschrift spielen. Vielleicht das Freelancer nach vorne bringen. WordPress-Freelancer finden. Doppelpunkt. So geht's. Oder ohne Doppelpunkt. Den nächsten Satz würde ich erstmal streichen. Gute und zuverlässige WordPress-Freelancer fallen nicht einfach so vom Baum. Sie sind heiß umkämpft. Es muss weltweit Abermillionen Menschen geben, die mit WordPress-Dienstleistungen ihr Geld verdienen wollen. Nur wenige verfügen jedoch über genügend Erfahrung und Know-how. Die Anzahl enttäuschter Auftraggeber ist lang. Dieser Beitrag liefert Tipps, wie du dennoch jemanden findest, der optimal zu deinen Anforderungen passt. Diesen Paragrafen habe ich geschrieben, vor allem auch, um, machen wir den mal fett, eine gut lesbare Einleitung zu haben. Und abzustecken, worum es im Artikel gehen wird und mir auch die Freiheit zu geben, über die verschiedenen Skills reden zu können, die ein guter WordPress-Entwickler oder Freelancer auch mitbringen soll. Mitbringen muss. Wenn ich nämlich über die Skills reden kann, dann kann ich all diese Themen hier unten in den Keywords, in der Keyword-Wolke, leichter ansprechen. So Begriffe wie Premium-Themes, Page-Builder und so weiter. Ich würde zum Beispiel so anfangen. Skillsets eines WordPress-Freelancers zu den Aufgaben von WordPress-Profis. Da haben wir direkt auch ein Keyword. Gehört oder gehören nicht nur das Programmieren oder das Webdesign. Das WordPress-Ökosystem ist mittlerweile so groß, dass es einer Vielzahl von Fähigkeiten bedarf. Hier die wichtigsten. Projektmanagement für WordPress-Websites. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, in dieser Liste wirklich die ganzen, also einmal hier durch die Cloud durchzugehen und viele von den Begriffen, die hier drin sind, schon mal das erste Mal zu nennen. Ich kann jetzt noch ein bisschen weiter reinbohren und schauen, welche Begriffe oder in welcher Art diese Begriffe vorkommen. Und ich sehe hier, Projektmanagement ist unter Umständen nicht das richtige Wort. Vielleicht sollte ich das anders formulieren? Vielleicht lieber Projekte für WordPress-Websites managen. Oder das Managen von Projekten im Zusammenhang mit WordPress-Websites. Ich würde diese Formulierung nicht verwenden, weil sie sich viel zu schwerfällig anfühlt. Auswahl und Anpassung von Themes. Anpassung und Themes sind wir jetzt schon im grünen Bereich. Programmierung oder Abänderung bzw. Erweiterung von Plugins. Hier können wir auch mal schauen. Unter Programmierung haben wir tatsächlich jetzt einmal hier und dann Plugins. Kommt schon fünfmal vor. Planung kommt noch nicht vor. Ich habe jetzt meinerseits hier noch Plugins in PHP und JavaScript ergänzt. Und siehe da, wenn ich hier reingucke, bekomme ich diese Begriffe gar nicht vorgeschlagen. Aber die sind essentiell. Da sehen wir also, es gibt durchaus Lücken, die auf jeden Fall der Content-Editor hat. Und vielleicht finde ich diese Vorschläge dann tatsächlich im Backend. Hier habe ich den Begriff WordPress-Webdesign. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt als ein Keyword einbauen muss, weil das würde die Formulierung wahrscheinlich etwas holprig machen. Ich versuche es trotzdem mal. Umsetzung von Design-Vorgaben für das WordPress-Webdesign mittels CSS. Da sieht man auch, was ich mit holprig meine. Aber wir gehen jetzt einfach mal hier durch und füllen den Text mit diesen Keywords, die wir hier haben. Und selbstverständlich bedarf es danach noch einer Überarbeitung, um den Text, wie ich es gerne sage, einmal glatt zu ziehen. Und hier und da fliegen dann vielleicht auch ein paar Keyword-Kombinationen wieder raus. Denn ich weiß ja jetzt noch nicht, ob ich zum Beispiel WordPress-Webdesign weiter unten im Text noch ein bisschen geschickter platzieren kann. Hier ist das Wort Agenturen, also Kommunikation mit beteiligten Agenturen. Online-Shop bzw. Online-Shops kommt auch vor. Allerdings ist das hier nicht korrekt geschrieben. Ich weiß nicht genau, warum das hier auseinander geschrieben wird. Wahrscheinlich, weil es die meisten Leute falsch schreibt. Im Deutschen ist es ja Online-Shops zusammen. Wenn ich das jetzt hier trenne, dann werde ich hier grün, habe es aber falsch geschrieben. Dann müssen wir einfach im Kopf behalten, dass wir diesen Begriff hier im Prinzip auf grün haben, aber jetzt auch nicht bereit sind, etwas falsch zu schreiben, nur weil das Server so sagt oder weil es andere tun. WooCommerce habe ich hier unten gefunden. Tiefe Kenntnisse von WooCommerce und oder gängigen Alternativen, zum Beispiel WP-E-Commerce. Das habe ich gerade noch recherchiert. Eine Sache fällt mir auf, während ich damit arbeite. Und zwar gibt es einige Begriffe, von denen ich wirklich nicht glaube, dass sie relevant sind für die Optimierung. Also beispielsweise Unterstützung, 15-Minuten-Takt, Anpassungen ist ja eher natürlich, klar. Ja, Content und CMS sicher wichtig, jemand sicher nicht wichtig. Und jetzt wäre es sehr cool, wenn man diese Tags hier verstecken könnte. Wenn man also einmal manuell auf einen Button klicken könnte. Also ich meine, man kann hier auf das Tag klicken und kriegt dann Beispiele der Implementierung. Also brauchst du einfach jemand, wenn dann jemanden. Aber ich kann nicht wirklich sagen, blende dieses Keyword aus. Das wäre sicher cool, wenn ich zum Beispiel auch mit einem grünen Keyword soweit fertig bin. Wenn ich weiß, ich möchte das Wort Plugin nicht mehr als zwei oder vielleicht dreimal drin haben. Das brauchst du mir nicht weiter anzuzeigen, weil ich sicher jetzt nicht versuchen werde, siebenmal das Wort zu erwähnen oder verwenden. Da könnten wir doch direkt mal ein bisschen Feedback geben und das Team hinter Surfer mal fragen, ob dieses Feature schon geplant ist. Denn das fände ich für die tägliche Arbeit wirklich nützlich. Okay, weiter. Optimierung der Ladegeschwindigkeit. Umsetzung von SEO-Anforderungen. Ich sehe hier das Wort Webauftritt. Vielleicht können wir das sogar hier oben schon einbringen. Der deinen Webauftritt optimal umsetzt. Ist sogar kürzer. Und sieh da, ich habe es schon länger nicht mehr geguckt. Wir sind schon bei 64. Wir sind kurz davor, bei grün durchzubrechen. Die Begriffe Webseite, was ja eigentlich eine einzelne Seite ist im Vergleich zur Website, die Sammlung aller Webseiten. Ja, das ist im Umgangssprachlichen jetzt schon so weit in der Verwendung, so ähnlich wie Pizzas. Das wird wahrscheinlich irgendwann auch so eingedeutscht. Es gibt dann leider keine Möglichkeit mehr zwischen Seite und Site zu unterscheiden. Im Englischen ist das ja viel einfacher. Da hat man die Site und die Page. Wenn du deine Webseite, habe ich jetzt hier nochmal eingebracht, nochmal verbessert in deiner Webseite, oder für deine Webseite und oder dein Projekt. Nicht selbst. Jetzt haben wir Projekt schon grün. So wie hier unten. Bauen selbst Webseiten. Das stimmt natürlich auch, aber gemeint ist wahrscheinlich eher Bauen selbst Websites. Ist aber egal. Wir brauchen eh beides. Website und Webseite. Das Wort Kunden halte ich zwar nicht für so relevant, aber wir wollen hier mal versuchen, das auf grün zu kriegen. Arbeiten nicht für Kunden. Die bauen selbst Webseiten. Hier bei HTML könnten wir tatsächlich auch Code einbringen. Das kommt auch vor. Hier unten HTML-Code, CSS, JavaScript und PHP-Code. Lernen willst und so weiter. Ich finde, das liest sich ein bisschen holprig. Und das ist jetzt wirklich nur eingebunden, weil es hier steht. Okay, wir müssen auf jeden Fall Kompromisse machen, was die Leseflüssigkeit betrifft und die Anforderung, die Wörter hier alle zu benutzen. Hier oben habe ich jetzt nochmal zum Beispiel die Erstellung von Menüs und Sitemaps eingebunden, weil hier kommt ein Menü vor, tatsächlich zwei bis fünf Mal. Das wird jetzt zwar nicht abgehakt hier, weil ich das Plural verwendet habe, aber für Google sollte das keine Rolle spielen. Hier in der Überschrift habe ich auch nochmal WordPress-Entwickler eingebracht, obwohl ich habe mich für WordPress-Experten entschieden. Entwickler sind ja nur ein Teil der Freelancer. Hier gibt es auch noch Designer und Online-Shop-Berater und ich bin mir sicher auch noch nischigere Experten. Hier haben wir das Wort Programmierkenntnisse, aber hier kommt das Wort Programmierung vor. Wir ändern das jetzt einfach mal ab, aber ich muss sagen, Programmierkenntnisse gefällt mir hier ein bisschen besser. Ja, dennoch müssen wir ja was für das Tool hier tun. Ich habe mich dafür entschieden, bei weiterer Lektüre des Beitrags hier, der auch nicht mehr sehr viel länger ist, es sind noch ein paar Paragraphen hier, das Wort Entwickler durch das Wort Freelancer zu ersetzen. Diese spezielle Seite soll ja eher für WordPress-Freelancer ranken. Vielleicht muss man dann für WordPress-Entwickler eine separate Seite erstellen. Das wäre sicherlich eine Überlegung wert, also Freelancer. Hier habe ich jetzt noch den Satz, egal ob Programmierer oder Designer hinzugefügt. Hier kommt zum Beispiel Programmierer vor und Design steht direkt darunter. Zum Beispiel haben wir hier Design, aber ich halte es für wichtiger, das Wort Designer zu verwenden. Wie du vielleicht jetzt schon des Öfteren bemerkt hast, gehört trotzdem noch ein bisschen Erfahrung dazu, die richtigen Wörter zu verwenden und nicht die Vorschläge hier blind zu übernehmen. Auch wenn das bedeutet, dass man vielleicht nicht ganz in den grünen Bereich kommt. Ui, jetzt habe ich die Überschrift üblicher Stundensatz für WordPress-Freelancer eingefügt und schon sind wir in den grünen Bereich gesprungen. Wir müssen ohnehin noch ein bisschen was an Wörtern hinzufügen. Was ich jetzt in diesem Fall nicht machen werde, ist noch weitere Bilder hinzufügen. Außerdem sagt er hier 0, dabei haben wir ja hier ein paar Bilder. Das ist komisch. Ich weiß nicht, ob das Tool die Bilder vielleicht nicht richtig erkennt. So, mal zwei Paragraphen ergänzt. Ausländische Anbieter auf Freelancer-Plattformen verlangen auf zwischen 25 und 30 Euro die Stunde. Codern-Designer aus Deutschland nehmen gut und gerne zwischen 50 und 70 Euro die Stunde. Tagessätze von 400 bis 600 Euro sind nicht unüblich. Im Vergleich zu Agenturen ist das immer noch recht günstig, da diese aufgrund komplexer Strukturen üblicherweise zwischen 75 und 150 Euro die Stunde nehmen. Das sind so die Sätze, die ich im Kopf hatte. Also habe ich mal recherchiert und die Leute von Pareto Digital, die haben auch ungefähr gleiche Einschätzung. Das variiert natürlich immer so ein bisschen 20 Euro rauf, runter. Das ist schon üblich. Soll ja auch nur ein grober Richtwert sein. So, dann haben wir hier noch das Wort nach deinen Vorgaben. Ich würde das und an deine Bedürfnisse. Das probieren wir einfach mal aus, weil das Tool, also in der Wolke kommt das Wort Vorgaben nicht vor. Also und an deine Bedürfnisse oder nach deinen Bedürfnissen. Blink und dann, sobald ich das Ende einfüge oder wegnehme, dann wird es grün und wenn ich das einfüge, wird es rot. Was natürlich Blödsinn ist, denn für Google sollte das ein und das gleiche Wort sein. Man sieht gerade in diesen Paragrafen hier, dass der Kai schon gute Arbeit geleistet hat. Also hier sind viele verschiedene Fälle abgedeckt, zum Beispiel auch die Absicherung mit der Sicherheit. Also Sicherheit können wir hier mal suchen, kommt gar nicht vor. Security, das ist dann vielleicht auch eher ein WordPress-Security-Experte, wobei hier natürlich auch ein ganz klarer Bedarf an Freelancern besteht, die sich im Bereich Security auskennen oder die dabei helfen können. Als SEO fragt man sich immer, ob gerade die Erwähnung von solchen Sachverhalten im Prinzip dazu führt, dass man an Ranking-Power verliert, obwohl es ja fachlich durchaus richtig ist, dass es auch WordPress-Security-Freelancer gibt. Ja, das wird man nie rausfinden, außer man testet das alles aus. Es gibt ja, wie du siehst, unendlich viele Stellschrauben für die Optimierung von Content. Jetzt habe ich gerade gelesen, dass es hier unten ja auch noch Stundensatz-Hinweise gibt. Die haben wir oben auch schon. Allerdings reden wir ja oben allgemein und hier geht es um Codable. Und Codable hat ja als englischsprachiger Anbieter auch US-Dollar-Preise. Also denke ich mir, können wir ruhig beide stehen lassen. Aber in diesem Satz hier können wir durchaus noch einmal Stundensatz einbringen. Preislich geht es schon bei einem günstigen Stundensatz von 70 Dollar los. Da haben wir hier noch das Wort Angebote. Ich denke, das passt eigentlich auch ganz gut rein. Angebote. Einholen lohnt sich auf jeden Fall. So, dann haben wir ja das recht allgemeine Wort Hilfe. Aber da fehlt uns auch nur noch einer, um das Grün zu machen. Du sagst Codable, wobei du Hilfe brauchst. Und schon haben wir einen weiteren Grün. Mir fällt allgemein auf, dass es sehr schwierig ist, die Punkte hier hochzukriegen. Vermutlich geht das auch nur bis zu einem gewissen Punkt mit dem Einbinden von Wörtern. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Text ergänzen. Ich überlege gerade, wie man das Wort Content am besten einbringt. Ich denke, im Bereich hier oben, da könnte man durchaus Content Styling benutzen, weil die WordPress Freelancer natürlich nicht unbedingt auch gleichzeitig Content Spezialisten sind. Ich habe das jetzt eher hier oben eingebaut, da passt es etwas besser. Egal ob Header, Futter, Menü oder Komma Content Styling. Und ich glaube, Menü hatten wir vorher auch drin. Menü, ja, haben wir immerhin einmal jetzt. Ja, wir sind schon bei 71. Mit dem Wort Ansprechpartner können wir hier unten noch ein bisschen abrunden. Ansprechpartner für alle technischen Probleme deiner WordPress Website. Das Wort Feature habe ich auch noch gefunden. Machen wir doch Feature-Erweiterung. Da haben wir schon auf 74 gesprungen. Ich denke, Bedürfnisse, das kriegen wir auch noch hin, hier das N wegzubekommen. An die Bedürfnisse deiner Zielgruppe anpassen und schon haben wir das auch grün. Mit und ohne WooCommerce habe ich hier noch eingebaut, um noch WooCommerce einmal zu verwenden. Das Wort Content könnte man hier auch noch einbringen. Optimierung der Ladegeschwindigkeit, Content, Menüstruktur. Nein, streicht das, das haben wir hier unten schon. Um das hier grün zu kriegen, können wir das nochmal ein bisschen umändern. Wir müssten es jetzt nicht machen, aber Menü-Erstellung, schon ist das auch grün. Und Anpassung der Sitemaps. Hier könnte ich durch eine Umformulierung nochmal das Wort Stundensatz einbringen. Hier oben auch nochmal. So, und ich glaube, wir sind jetzt an einem guten Punkt angekommen. Wir können natürlich immer noch weitermachen. Ich habe überlegt, ob ich noch ein bisschen Text hinzufügen soll, aber es wäre ja auch interessant zu wissen, ob wir hiermit schon eine Ranking-Verbesserung erzielen können oder nicht. Denn es muss auf jeden Fall dazu gesagt werden, du brauchst natürlich nicht zu versuchen, bei jedem Beitrag auf 100 von 100 Punkte zu kommen. Das wäre sehr, sehr kompliziert und schwierig. Ich meine, wenn du nur eine Seite hast, für die du ranken möchtest, dann wirst du natürlich da so viel Arbeit reinstecken wie möglich. Aber hier im Magazin und auf der Webseite allgemein bei Search One gibt es ja Dutzende, wenn nicht Hunderte von Unterseiten. Und hier ist erstmal die Frage, welche wie viel Optimierung abkriegen sollen. Und eine Überoptimierung kann natürlich auch mit sich bringen, dass die Seite in den Rankings eher abrutscht. Übrigens kann es durchaus passieren, dass zum Beispiel die Rankings sich verbessern und nach drei, vier, fünf Monaten oder vielleicht auch nach ein, zwei Jahren wieder abrutschen. Und dann muss man reingehen und das Ganze nochmal wiederholen und den Artikel vielleicht ein bisschen umgestalten. Und dazu ist dieses Tool ja da. So, mein Fazit. Ich habe dir ja bereits gezeigt, wie die Optimierung funktionieren würde, wenn du nicht ein Tool wie Surfer verwendest. Und sollte klar sein, dass ein Tool wie Surfer natürlich enorme Zeitersparnisse mit sich bringt, du musst eben nicht mehr den Suchbegriff eingeben, auf all die Seiten gehen, dir alles durchlesen und dann alles schön manuell stehen, umsetzen und so weiter. Das ist ein großer Vorteil. Ich würde sagen, dennoch steht dir diese Option ja zur Verfügung. Das heißt, wenn du mit dem relativ schnellen Optimierung von Content durch Surfer nicht weiterkommst und das ist wirklich eine wichtige Unterseite, Business-Critical sozusagen, dann solltest du wirklich nochmal manuell rausgehen und es so machen, wie ich es vorher erklärt habe. Wirklich durch all den Content durchgehen und versuchen herauszufinden, welche Nuancen es wirklich gibt. Und dann den bestmöglichen Content dafür schreiben. Es könnte zum Beispiel sein, dass wir hier ein Stück Content produzieren, was zum Beispiel noch weitere Portale integriert, noch genauer auf die Arbeit eingehen, also im Detail erklären, was es denn für Möglichkeiten bei der individualisierten Plugin-Entwicklung gibt. Das Thema Online-Shops ist natürlich auch sehr groß. Da gibt es eigene Spezialisten, zum Beispiel wie sich die Online-Shops mit Warenwirtschaftssystemen kombinieren lassen. All solche eher nischigen Sachen, die wir vielleicht jetzt am Anfang bei der Optimierung noch gar nicht brauchen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn du wirklich mal durch deine Website durchgehst und dir die zehn wichtigsten Seiten oder Beiträge raussuchst und da mal grundsätzlich den Content-Score um 10, 20, 30 Punkte erhöhst, dass dann auch was passieren wird. Das ist ja immer das große Problem bei der Optimierung, dass oft gar nichts passiert. Man optimiert und optimiert, schreibt etwas um, fügt etwas hinzu und ja, entweder passiert gar nichts oder die Rankings gehen vielleicht auch noch runter. Da muss man sich erst wieder hocharbeiten. Aber letztendlich führt kein Weg an der Optimierung vorbei. Die muss immer stattfinden, idealerweise schon Anfang oder von Anfang an. Aber mit so einem Tool wie dem Content-Editor von Surfer ist natürlich auch super cool und einfach, bestehende Texte zu optimieren. Für dich selbst oder für deine Kunden. Das ist das, was ich damit machen werde. Außerdem gibt es eine siebentägige Money-Back-Garanty. Also kaum Risiko solltest du nicht damit zurechtkommen. Der Hauptunterschied zwischen den Plänen liegt zum einen darin, wie viele Content-Editoren man pro Monat benutzen kann, wie viele Audits und zum anderen in der Unterstützung für das NLP und natürlich Team-Member und so weiter. Was hat es mit dem NLP auf sich? Das kann man hier nachlesen. Das ist eigentlich ein cooles Feature. NLP bezieht sich im Prinzip auf die Google NLP-API. Und was Surfer macht, die gleichen die Keywords, die sie ermitteln, mittels der Google NLP-API, um zu gucken, bei welchen Keywords Google denkt, dass sie wichtig sind. Ob das wirklich was bringt, sei dahingestellt. Aber das ist auf jeden Fall State of the Art. Und als SEO müssen wir jeden Wettbewerbsvorteil nutzen, den wir irgendwie kriegen können. Okay, ich hoffe, dieser Beitrag hat dir gut gefallen. Unten in der Description und im Begleitartikel findest du unseren Partner-Link. Wenn du darüber Surfer-SEO-Kunde wirst, dann bekommen wir eine kleine Provision für unsere Arbeit. Natürlich ohne, dass sich für dich am Preis etwas ändert. Vielen Dank für deine Unterstützung. Auch freuen wir uns natürlich sehr über ein Like und ein Abo. Als junger YouTube-Kanal brauchen wir natürlich deine Unterstützung, um ein größeres Publikum zu erreichen. Je mehr Zuschauer, desto mehr Tutorials wird es geben. Das war's von mir. Viel Spaß und vor allem Erfolg mit Surfer. Mögen alle deine Texte auf Platz 1 ranken. Sascha out.